Ich dachte immer, es ist ganz einfach, die Erzeugung von Plastik zu dokumentieren. Vom Erdöl bis zum fertigen Produkt. Was passiert, wenn man das in den Umstand? Sie werden eine Vergiftung haben. Und Sie werden sich anspeiben. Kann ich reingreifen? Ja. Sie werden gar schwarze Finger haben. Wenn du ins Blut, wo es reingeht, durch die Haut diffundiert, kannst du Blutschädigungen zum Beispiel hervorrufen. Also ziemlich heftig dann ist das. Vier Prozent des schwarzen Goldes werden für die Kunststoffherstellung verwendet. Hinter verschlossenen Türen werden dann die Moleküle des Robo-Öls mit anderen Molekülen zusammengebracht. Geheimen Molekülen. Hierbei kommt es zu diversen chemischen Reaktionen. Die Moleküle ordnen sich zu Polymerketten.